Hallo und herzlich willkommen zur Touratec Produktpräsentation. Mein Name ist Martin und ich präsentiere euch heute unsere beiden neuen Handschuhmodelle. Wie ihr hier seht, haben wir seit vielen, vielen Jahren ein intensives Portfolio an verschiedenen Handschuhen für euch zur Verfügung. Wir fangen mit den Motocross Handschuhen an, sehr leicht, sehr dünn, man will unbedingt viel Grip haben in der Hand, gehen über den Guardo Desert, den Enduro, die Adventure-Modelle oder die Touring-Modelle sowie die Winter-Modelle mit dem Alpine oder Alpine 2. Was ich euch heute präsentieren möchte, sind zwei neue Modelle, passend zu den neuen Anzügen, dem Compañero Rambler, heißen diese beiden Modelle ebenfalls Guardo Rambler, Rambler GTX und Rambler GTX Ice. Wie der Name schon sagt, ist der eine eher für den Sommer ausgerichtet, der andere ist ein 3-Season-Modell, sagt man, also für auch die kältere Jahreszeit zum Motorradfahren perfekt geeignet. Wenn ich mich nur den einzelnen Handschuhen widme, klar, wo sind die Unterschiede? Fangen wir mit dem Sommerhandschuh an, die wir hier haben. GTX steht auch hier für Gore-Tex, logischerweise. Es geht darum, dass man einen wasserdichten, winddichten und trotzdem atmungsaktiven Handschuh hat. Die Gore-Tex-Technologie hier, Grip-Technologie, sorgt dafür, dass die Membran auch wirklich atmungsaktiv hält und bleibt. Wir haben diesen Handschuh so ausgelegt, dass er entsprechend vorgeformt ist. Das sorgt dafür, dass wir nachher auch eine entsprechende Beweglichkeit beim Fahren haben, dass man ermüdungsfrei fahren kann und die Stretch-Materialien, die hier eingebracht sind, sorgen auch dafür, dass man einen entsprechend bequemen Handschuh hat. Wie ihr seht, haben wir hier eine extra weite Stulpe. Diese Stulpe ist mit einem Klett versiegelt und hat ein extra Einfassband. Das heißt, ich kann hier einfach reinschlüpfen in den Handschuh und mache per Klettriegel den Handschuh zu. Somit sitzt er bereits sehr, sehr passend, eng und trotzdem bequem. Das spezielle Stretch-Material, was wir hier haben, sorgt dafür, dass man den Handschuh sowohl innen als auch außen von der Jacke tragen kann und dass man bequem rein oder rauskommt. Natürlich haben wir entsprechende Stretch-Materialien auch zwischen den Fingern eingebracht, beziehungsweise sicher im Daumen, sodass man wirklich auch bequem den Handschuh bewegen kann und die Hand im Handschuh bewegen kann. Es geht natürlich immer um das Thema Sicherheit bei einem Handschuh. Das heißt, wir haben zwei Varianten. Einmal diese speziellen Protektoren hier außen. Auf der Außenhand auch wirklich den harten Protektor, der dafür sorgt, dass man bei entsprechendem Steinschlag oder entsprechendem Aufschlag auch geschützt ist. In der Innenhand ist es so, dass wir hier mit einem speziellen Protektor dafür sorgen können, dass man auf dem Asphalt entsprechend rutschen kann. So sind die Verletzungen an der Hand, falls mal ein Unfall geschieht, entsprechend weniger. Aber wichtig ist natürlich auch die Bequemlichkeit. Das heißt, wir haben hier bei den Nähten entsprechend speziell darauf geachtet, dass diese außen angebracht sind, sodass sie an den Knöcheln oder auch sonst an den Fingern oder zwischen den Fingern keine Druckstellen hervorrufen. Wenn ihr einen passenden Sommerhandschuh sucht, wasserdicht, winddicht und trotzdem atmungsaktiv, der perfekter Weise vielleicht sogar zu unserem neuen Compañero Rambler Anzug passt, dann seid ihr mit diesem Touratec Guado Rambler GTX perfekt versorgt. Der Guado Rambler GTX Ice ist der 3 Season Handschuh für den Motorradfahrer. Mit dem wasserdichten 3 Season Handschuh liegt man letztendlich immer richtig, wenn es in die kaltere Jahreszeit geht. Technologie und Design sind passend zu dem Fahreranzug Compañero Rambler gemacht. Das heißt, er sieht auch so ähnlich aus und passt perfekt dazu. GTX steht dann auch hier für das Thema Gore-Tex. Das Gore-Tex Material garantiert ja absolute Wasserdichtigkeit und Winddichtigkeit, natürlich bei höchster Atmungsaktivität. Diese spezielle für den Handschuh entwickelte Gore-Gripptrecht-Technologie verwendet so eine innovative Schichtfunktion, die jederzeit für sicheren Grip und auch präzises Fingerspitzengefühl sorgt. Die lange Stulpe, die man hier an diesem Handschuh hat, ist aus weichem Stretch-Material, so dass man die Stulpe wirklich vernünftig gut über die Jacke kriegt, über den Jackenärmel kriegt. Und wird natürlich auch hier mit so einer Klettlasche geschlossen bzw. der Handschuh selber wird nochmal mit einem zusätzlichen Klettriemen hier an der Hand, am Arm fixiert. Komfortabler Sitz ist wichtig, ermüdungsfreies Fahren und natürlich eine bequeme Haltung. Deswegen ist der Handschuh vorgeformt sowie der Sommerhandschuh ebenfalls. Wir haben auch die Dehnbereiche zwischen den Fingern nochmal verbessert, so dass wir eine entspanntere Fingerhaltung haben. Am Zeigefinger dieses Handschuhs ist es so, dass wir hier eine spezielle Visierwischfunktion praktisch haben. Das heißt, es hilft, Wasser und Feuchtigkeit vom Helmvisier einfach wegzuwischen und somit hat man bessere Sicht und klarere Durchsicht. Hier in diesem Winter bzw. in diesem 3 Season Handschuh ist es so, dass wir eine ganz besondere Innenmaterial haben aus 3M Thinsulate. Das sorgt einfach dafür, dass wir wirklich warme Hände haben und behalten. Der Handballenschutz, ich habe es beim anderen Handschuh auch erwähnt, ist spezielles C-Soft Foam Material. Das heißt, dieses ist zusätzlich in einen TPU eingebettet. Das sorgt dafür, dass man auf der einen Seite eine Stoßfestigkeit hat, auf der anderen Seite möglicherweise über den Asphalt schlittern kann, so dass man sich dabei nicht die Hand bricht. Auf der Oberhand haben wir einen besonderen Hartschalen-Knöchelschutz angebracht. Dieser hier ist sogar aus dem bekannten Superfabric Material besonders widerstandsfähig, so dass wir hier auf die Knöchel entsprechend schützen können. Letztendlich der Gardo ICE und auch der Gardo Rambler GTX sind beide zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung für Motorradfahrer nach der allerneuesten Norm. Herr Rambler, das geht auch. Untertitelung des ZDF, 2020